Ich sagte bestimmt übernehmen. Mal runterfahren müssen wir das, soll das Seil ziehen. Wer denn, der soll mal, ey stopp mal, soll mal schwenken. Hallo, stopp, ich übernehme es selber, an den Steuerstand. Da weiß ich wenigstens wo es hingeht. Es gibt nicht ganz schön der Wind hier oben. Ja, rechts, ich gebe Kommando. Nicht so schnell, schön sanft. Wie hoch ist das Kreuz, hast du gesagt? Was? Hier. Was? Edelschalsparks. 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 Ja, toll. Das mag ich gar nicht, das Gefühl. Oh, der Scheißkorb. Aber geil hier oben, ne? Ich habe Angst. Jaaa! Ich habe Angst! Brot. Und wie hat es denn so gefallen? Feierabend? Und ich mache mal auf, ne? So. Was spielt denn da Musik? Das war ja ab, oder? Ja. Aber wir haben ein bisschen Angst. Aber ich glaube, eine gesunde Portion Angst gehört immer dazu. Mit dir habe ich immer Vertrauen, Fobi. Du bist einer, mit dem ich überall hingehe, glaube ich. Ich genau weiß, dass du mit 8 auf mich gibst, wie auf dich. So, wo sind denn die zwei Striche? Sind die auf der richtigen Seite? Ne, fahr weiter, fahr. Ja, ja, keine Angst. So. Es langt ja schon. Es langt schon, langt. Langsam, langsam, langsam. Ich habe die Haube hier, guck. Zwei Striche. In dieser Station geht alles in Hilfe. Sollte mal ausmachen, wenn will ich einen Notruf und das machen. So. Akkuschrauber. Das ist gut. Akkuschrauber, ich spack's. Ich spack's von hier und du spack's von da. Geht? Ja, ich spack's. Ich spack's, ob's in Ordnung ist oder ob ich was machen soll. Ja, ich spack's. Ich spack's zu, ne? So. Ist das gut aus dem Hammer genug, denn... Ich zieh jetzt mal meine Handschuhe aus. Weil... An die eine kann ich ran. An die eine kannst du ran. Da machst du die jetzt mal rein. Und ich geh an die andere. Willst du reinjagen? Drei oder vier? Du musst ihn dann mit zwei halten, so reißt der die weg. Gut. Ist das so? Ja, mit Sparks hier. Obst du da dran? Ja, warte mal. Lass mich mal vorne an den Korb legen. Scheiße, gib her. Scheiß Sparks, die fliegt auch noch wahrscheinlich. Ist drin. Langsam. Mit zwei fetten Schweinen da drin. Wo hast du denn den? Ja? Dass ich Handlanger bin? Hättest du was gesagt, hättest du die weggebracht. Dann halte ich die. Geht jetzt nicht. Jetzt halte ich die rein. Jetzt sind sie ja nicht allein mal. Herr Vogt, hörst du mich? Geht jetzt nicht. Roland, nicht jetzt. Wir schrauben. Sei doch dran. Ich hab nur gesagt, nicht jetzt. Wir sollen dann am Mitte fertig sein. Voll auszahrende Ungerfrisse. Roland, bitte nicht jetzt. Wir schrauben. Langsam, langsam. Wir müssen weiter. Muss man da oben rein? Was denn macht? Ja, da oben rein. Gut. Ich schraube den mal fest. Wir fahren gar nichts mehr raus. Wir fahren jetzt runter. Lipp mich am Arsch. Die Straße voll. Genau. Ist das Schelle dabei? Ja, hab ich dabei. Nein, oder gar nicht? Dann müssen wir noch ein Stück drauf. So lange will ich dann abnehmen. Jetzt kommt die zweite Schelle. Jetzt kommt die zweite Schelle. Jetzt kommt die drücken dran. Jetzt kommt die drücken dran. Ja, ich komm ran. Scheiß-Trick machen wir. Ich muss nicht schon mal... Wir beide machen so ein schönes Scheiß. Wir gehen runter. Nun geben wir uns beide eine schöne Halbung. Glaubst du das? Auf jeden Fall. Jetzt fahr ich noch einen 10m hoch. Und ich küß dich. Ich küß nämlich die Augen. Genau. Ja. Ja. Kein Problem. Nee, fahr einfach hoch. Wir haben doch noch geluft. Ausziehen. Ich küße mit. Warte mal, stopp, stopp. Ich will einen Film machen. Ich will ein Foto machen erst. Aber dann arbeitest du hinter der drücklichen Seite. Ja, noch mal Fungstelle. Das Ding dröhnt mir im Ohr. Warte. Ich will die Hauben mit drauf haben. Einlassen? Einlassen. Ich halte mich fest. Erfolgreiche Drehleiteraktion. Hä? Hä? Da fahr halt hin. Hä? Ja. Und dann sagt mir, wir waren ganz draußen. Ging nicht mehr. Nein, nein. Fahre ich noch ein Stück runter. Bis wir auf Höhe der Balken sind. Und dann drehst du ihn rüber. Weil dann ziehe ich... Mach doch das Funk aus. Der Seil mit dem Blöck. Hier, wenn nicht gleich am Boden Ruhe ist, dann komm ich runter. Ich sag euch das. Und das Funkgerät schmeiß ich als erstes. Jetzt haltet mal die Klappe. Mensch, ein Skimmer, du. Es ist wie im Kindergarten. Wie du fläst. Und schickt mir Bier ein. Mir auch. Zwei Bier. Jetzt bier ich dich. Jetzt fahr einfach vor. Langsam runter. Langsam neigen. Und dann zieh ich an dem Seil längst da aus. Ja. Wir waren jetzt ganz oben. Jetzt ist es andersrum. Hängen wir einfach den Karabiner aus und dann sollen wir sie ziehen. Ach, ja. Hallo. Schön saß. Was denn los? Ja. Ja, ich... Das war doch jetzt nur dummer Sprich. Okay? Kann ich jetzt runter? Ich bin in der Tür. Ich auch. Und gehen wir wieder gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Komm mit mein Schatz. Nimm an meiner Seite Platz. Was ist los? Los. Hier drüber spielen die Musik. Hast du die Hirnkamera drauf? Ja, ja. Im Auto auf dem Fahrersitz. Beifahrersitz. Muss aber zum Hansi sagen, dass er den Ton raus schneiden soll. Ich habe Angst. Da ist es anders eh nicht mehr da. Ach, mir sollen die Schilder noch machen. Ja, der ist es anders. Nein, der ist anders. Ja. Ich wusste mal, der Boden alle quagen. Was mach mir hin. Kann ich doch mal hin und sein? Na ja. Ja. Ja.